hallo leute ich hoffe ihr hattet einen wunderschönen tag und ja heute geht's weil man eier klauen in scorched earth in der schlucht und ihr könnt gerne bei seba vorbeischauen der ist hier oben in der infobox verlinkt und habt spaß wir werden sehen wie weit verkauft das häuschen was er gebastelt hat das unten in der schlucht mich oder ist das bei der brücke hindre ja warte da bin ich glaube ich gerade da war ich gerade da ist es unten drin oben es ist ein stückchen weiter hinten mich hier hat hier so ein kleines safe ausgebaut also nicht unbedingt safe house aber was ist denn hier drin ist das dein ganzer kram ist mein ganzer kam ja michi ach ja dann kannst du sogar wirklich dich einfach hier hinten schlafen ich bin da schon da die hütte oben die ist drüber der die hütte ist hier oben ja siehst du mich ach da seber mortal hier hinten ist die ein tier also ein weibern ja hier ist ein level 8 da feuerweibern ei aber ich weiß jetzt hier sind zwei hohe weibern das heißt hier könnten auch demnächst ja hier ist auf jeden fall und zwar noch 40er feuerweibern da hinten wir brauchen kein feuer wir brauchen blitz ja ich riskiere das jetzt nicht für ein feuerweibern also wenn wir es finden oh 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 ich habe aggro auch noch einen außer blitzweibern würdest du entkommen sicher ich glaube ja das war ein giftweibern war das bin mal weg nacht viel spaß im stream und noch viel glück vielen vielen dank meftul schlaf gut träumen was schönes und bis zum nächsten mal ich habe mich immer noch im visier auch So, Party People. Finden wir jetzt ein Ei oder nicht? So, da ist der Feuerweibern, der Giftweibern, der ist kein Ei. So, da hinten. Ist jetzt irgendwie Agro? Nein. So, da ist keins. Oh Gott, da ist der Bezweibern. Motto ist egal, was ich für einen nehmen, oder? Ja, ich hab jetzt einfach alle mitgenommen. Wir haben noch einen Zuchtpacker zu Hause. Soll ich die Kugel da lassen, indem ich sie einpacke? Wurst. Die sind nicht so teuer. Ach, 40er-Feuerweibern-Ei. Ach, leck mich doch. Weil das wird schwieriger als gedacht, oder? Ja. Also, wir kriegen zwar nicht so oft Agro, meines Erachtens, aber irgendwie ganz wenige Eier. Ja. Aber das letzte Mal gab es auch nicht so viele Eier. Hm. Hier. Ja, klar. Was denkst du denn? Immer. Mit dem Petey locke ich die meistens sogar raus aus der Schlucht. Ja, ich auch. Einmal rausziehen und dann in Ruhe rein. Aber mit der Motte geht das halt nicht. Das kannst du knicken. Das kannst du halt nicht weg. Ja. Und? Man muss auch dazu sagen, was? Weibern. Blitzweibern. Blitzweibern. Oh, tot. Und hier, da sind noch mehr Limantia in den Sättel. Aber die kleine Liv will jetzt nicht schlafen. Oh, Mann. Na, na, okay. Ah. Ja, das ist doof. Das wird funktionieren. So, auf der rechten Seite. Und die andere Motte habe ich gerettet. Ah, sehr gut. War er unten oder eher oben oder mittig? Ich glaube, es war eher oben. Das Ei ist weg. Was? Warum? Weil ich kein Ei mehr gefunden habe. Ja, geht mit. Ich habe auch nichts mehr gefunden. Das kann doch nicht einfach weg sein. Ach, die ist spawned. Ach. Nein, nicht schon wieder. Wenn du jetzt genau zu mir her luschst. Ah, ja, das war doof. Ach, ach, ach. Die Motte kämpft. Jetzt hat sie keine Ausdauer mehr. Er trifft mich hier unten nicht. Oh. Ja. Er trifft mich doch. Hey, hier ist der Feuerwehrmann, der dazu gehört zu dem Ei. Ich habe das Ei entdeckt. Ich hole es mir jetzt. Wir sind aber... Können Sie mich eigentlich verarschen, Feuerwehrmann? Ich bin immer noch in der Bracke. So läuft überleben, Jungs. Seba, bist du das denn mit den drei Weißen am Arsch? Hä, wo ist er hin? Ich habe einfach ein Ei im Inventar. Bring es zum Schrank. Also, war er schon außerhalb der Schlucht, oder was? Ja. Da sind die ganzen Weißen. Auf den Bergen oben. Ja, oha. Richtung Berge. Ich glaube, ich habe sie. Echt? Ja. Erst mal den Kano wegluren. Klar. Hier sind auf jeden Fall zwei Weißen, ne? Oder drei? Drei. Müsste 248, aber die zwei waren artig getötet und ein Feuerweißen waren auch dabei. 152. Ja, ich sehe die Level nicht. Ich sehe nur Blitz- und Feuerweibern. Ach. Ich habe sei. Echt? Merk, schrei die Koordinaten, bevor du stirbst. Hier ist ein Giftweiber. Oh, da fliegen zwei Giftweibern. Hinterher. Ich komme, ich versuche sie abzulenken. Irgendwie. Ich habe das Problem, dass ich einfach zwei Anemote im Inventar habe. Ja, nicht so wild. Ja, du bist auf jeden Fall auf der Brücke. Das ist schon mal sehr gut. Meine Idee wäre jetzt, wenn einer, der Nächste, der stirbt, dem Inventar. Wir müssen uns merken, wo. Sterb einfach hier, vor der Tür. Und dann stell eine Kiste direkt daneben in die Leiche. Hey, ich kann ins Haus laufen. Ich weiß nicht, ob die Beifahren die zerstören können, die Hütte. Bist du ins Haus gelaufen? Ne, ich bin gestorben. Gut. Jetzt stehe ich mit der Motte weg. Luhn mal, luh sie weg. Pfeif der Motte und flieg weg. Die Motte ist tot. Ja, ich habe aber die Weibern hinter mir gehabt. So, hat es euch Spaß gemacht? Wenn ja, lasst bitte gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Kommt auf mein Twitch und auf unser Discord. Ist alles unten in der Infobox verlinkt. Und ja, habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.